Boah, mir ist so heiß, ich hätt gern was Frisches zu trinken, was Neues. Das ist das neue Ice-Dee Peach von Pfanner. Das gibt es doch nicht. Hier. Ah, der frische Mix aus frisch aufgebrühtem Tee und leckerem Huchsa. Einfach gigant. In Kooperation mit Joppe Abtesa. Und der Dari Hilfswerk ist das Vortrag von Führopfern. Spenden Sie bitte jetzt, das Hilfsopferwerk hat auch Bier gewonnen.